willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten schön dass du wieder eingeschaltet habt also wir sind hier natürlich jetzt nach dem pass ganz ganz gespannt also auch ich komme jetzt eigentlich das erste mal hier mein dorf rein habe jetzt eben das startbild hier erst mal weggeklickt und ich muss sagen ja ihr habt ja gesehen ouch es ist schon ein bisschen ouch oder junge 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 der worden hier ich habe sogar schon was gemacht ich habe schon ein bisschen gespendet aber ihr seht hier den worden oder die neuen worden so muss man es ja sagen und er ist ein bisschen grenzwertig was mir aufgefallen ist es mir die tage schon aufgefallen die vorschau ist ein bisschen größer geworden und die war vorher ein bisschen kleiner kommt jetzt auch leicht aus dem bild raus also ja da hatte supercell irgendwie weiß ich nicht ob die entwickler zu viel zeit haben im moment oder sowas keine ahnung naja wir sollen uns aber das oder das nächste set zusammen basteln und ich würde sagen da bin ich mit dabei nicht nicht unbedingt wegen dem skin also ich habe so ein bisschen meinen favoriten skin sondern eher für die anderen sachen einige haben heute aber schon geschrieben der pass ist nicht so gut ich finde den pass jetzt gar nicht mal so übel ich meine klar ist es jetzt ein bisschen nachdorf dabei runde des bauarbeiter golds und aber die anderen sachen sind eigentlich so geblieben wie sie immer sind und wir wollen uns aber erstmal den gold pass würde ich würde ich jetzt mal sagen holen und den hole ich mir ja mit diesem account und mit dem avatar eigentlich jeden monat deswegen mache ich das auch diesen monat okay robo wächter auch nicht schlecht robo wächter vorteile magische gegenstände und die season bank also eben mal gekauft das muss ich leider rausschneiden seht ihr meine kreditkartennummern und das ist nicht das ist nicht so schick du bist jetzt startklar der kauf erfolgreich okay dann ist der kauf erfolgreich wir haben schon mal den gold pass erhalten wunderbar und ja dann gehen wir uns eben mal durch nee ist ein scherz ist ein scherz auch wenn es super viele zuschauer anziehen würde aber ich glaube das ist nicht so mein kanal würde ich mal so sagen und deswegen machen wir hier unser ganz normales ding ich habe es ein bisschen versäumt ich habe doch nicht die dunkle truppe ich habe nicht nicht mehr genug rein gefarmt um ihr den gift zauber zu machen aber den machen wir uns jetzt fertig war keine frage haben wir ja gesagt er kostet jetzt anstelle 208 tausend zum ende des letzten passes kostet er jetzt 200 60.000 okay 15 tage 15 tage kann ich da nicht drauf warten deswegen machen wir uns sind direkt fertig mit dem zauberbuch jetzt habe ich noch 143 tausend das heißt da geht jetzt nichts anderes mehr okay ich habe so ein paar bücher verbraucht und was heißt ein paar bücher ich habe so ein paar runen genutzt das seht ihr hier ich habe bauarbeiter bauarbeiter ich habe ich habe gar keine bauarbeiter tränke mehr ich habe nämlich alle verballert ich hatte noch drei stück und deswegen habe ich jetzt auch drei bauarbeiter frei aber es gibt ja wenn man noch ein paar rathäuser hier machen dann gibt es ja noch mal hier unten glaube ich zwei pullen ein tag 13 sollte man geschaffen sieben rathäuser und hier oben gibt es keine mehr okay dann lass mal ein bisschen weitermachen ich muss mal eben checken wir haben hatten ja gesagt bogenschützentürme war übrigens eine gute idee dass wir das auch hinterfragt haben was wir machen also bogenschützentürme ist auch bei mir so ein bisschen der favorit also 14 milliard die waren auch so billig der pass immer wenn er ausläuft alles so teuer 15 15 tage alter falter okay aber da können wir eigentlich noch einen von machen oder 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 mache ich so eine kleine bombe zwei bauarbeiter oder machen wir schon mal minenwerfer sind die günstiger minenwerfer ne die sind teurer toll super die sind teurer geiler scheiß okay die sind ein bisschen teurer aber ich glaube ach ja ich hatte hier auch gepumpt mit pumpen meine ich ich habe hier ressourcentränke eingeworfen und eigentlich könnte man jetzt einen minenwerfer machen oder oder machen wir doch die bogenschützentürme wir hatten gesagt wir machen die bogenschützentürme den letzten baarbeiter lasse ich mir für so ein paar mauern frei in dem brauche ich glaube ich nicht ich glaube dass das reicht so so wir geben noch ein bisschen elex aus und zwar habe ich hier eine elex truppe zu machen und wir haben noch eine dunkle truppe zu machen die kann ich gar nicht machen hier die minions weil ich jetzt nicht genug dunkles habe also gehen wir zurück und machen hier die barbaren zwölf tage dauern die nur okay ich hätte fast gesagt das können wir laufen lassen oder dann machen wir hier noch ein paar mauern denn das ist das letzte was wir gerade mit elex machen können beziehungsweise wir können natürlich die bohrer machen allerdings hatten wir uns darauf geeinigt die mache ich im moment nicht und deswegen können wir noch ein zwei morgen machen glaube ich auch wieso sind die auch so teuer alter wieso sind die auch so teuer okay zwei mauern und das war's tolle wurst na egal aber ich glaube wir haben hier jetzt schon wieder ein ereignis gemacht ja sammle ganz ganz viel gold aus den goldminen und dann nehmen wir den 1 gem boost wir nehmen hier das buch des kampfes ich könnte die jetzt sofort fertig stellen macht aber keinen sinn weil ich nichts weiter zum forschen habe arbeiterschub wunderbar und hier kriegen wir das zauberbruch wieder also läuft hier bei uns wir sind aktuell in der liga ist einfach mal so ein bisschen clash of clans getorke hier wir sind aktuell das kann ich glaube ich auch wieder aufnehmen ja wir sind aktuell in der liga hier beziehungsweise wir sind in der suche wir haben jetzt mal nicht mit den spätzen mit so ist gleichzeitig gesucht sondern mal etwas eher damit wir nicht wieder gefahr laufen dass wir am ende nur fünf gegner kriegen oder sowas und sieht glaube ich ganz gut aus wie viel sind wir da unten die spielen jetzt nicht so mit die sind einfach nur so da ich hoffe ihr habt mit euren mates über eine liga gesehen oder nicht gesehen sondern auch gefunden denn ich habe heute noch im discord gesehen dass doch noch einige clans zu den einen oder anderen suchen also gebt euch einen druck kommt auf den discord guckt was gesucht wird und was gefunden wird und dann könnt ihr reinhauen ich sehe gerade ich muss in 13 minuten in live stream okay in 13 minuten muss in live stream da kann ich auch noch einen angriff machen oder da können wir noch einen angriff machen in 13 minuten kriegen wir es hin okay schön dass euch die folge mit dem komischen papier ganz gut gefallen hat hat mich gefreut und ihr seid ja jetzt schon einen tag weiter wenn ihr das video seht also ich bin jetzt immer noch im ersten april gehe jetzt gleich in den live stream rein direkt von hier aus also wenn ihr den live stream auf twitch verpasst dann müsst ihr mich da folgen damit ihr nichts mehr verpasst beziehungsweise auch dort die glocke stellen und dann wird euch auch dort angekündigt wann ich denn live komme denn ich komme im moment auch so ein bisschen zu anderen zeiten dort live oder nehmen wir mal nicht denn irgendwo hat sich so ein bisschen rauskristallisiert dass wenn ich einmal bock habe dann machen wir halt mal ein zwei stunden können wir sicherlich immer mal wieder machen und deswegen stellt euch da auch die glocke dann verpasst ihr auch kein live stream mehr aber er wird auch mal angekündigt im discord also kurzer lupengegner cut glaube ich oder ja ich kate euch das die suche dauert mir einfach mal wieder zu lange jesus wir haben einen gefunden wunderbar wir haben jemanden gefunden ich habe eben einige weggeklickt die hatten so zwei dreitausend nur in ihren mieten und sammlern das kann eigentlich gar nicht sein oder ich weiß manchmal nicht wie das zustande kommt dass einige hier nur so ganz 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 wenig haben keine ahnung aber egal kümmert uns nicht wir nehmen den hier mit weil er nicht so stark ist okay wir haben ein paar zum funneln hier das habt ihr jetzt schon mitgekriegt das ob das das man mit denen auch gut fahren kann wenn sie nicht gleich eine riesenbombe rein tappsen okay wenn sie nicht gleich eine riesenbombe rein tappsen so wie die hier okay dann können wir hier unseren baby drachen nehmen und können glaube ich hier immer hier durchbauen sind mit dem bowler ja es gibt immer so ein paar so ein paar begriffe auch heute hatte jemand gefragt sag mal sprichst du immer von funneln ja das ist ein funnel hier so funnelt man bei clash of clans das heißt also ich möchte ja dass meine truppen jetzt hier über diese flanke richtung rathaus gehen also richtung mitte dieser base gehen und deswegen und nicht nach außen latschen deswegen machen wir das eigentlich aber wir können hier glaube ich mal unsere queen vorweg schicken dann machen wir das mal hier mit einem angedrohten queen charge aber wir machen gar keinen wir machen gar keinen wir machen keinen wirklichen so wir nehmen hier unseren unser apollo der steht nach unten und dann gehe soll sie reingehen in die base zwei habe ich noch von denen die nehme ich auch mal und jetzt die pack ist hier oh leute wo geht denn alle hin scheiße da müsste hingehen jetzt habe ich da einen sprung gemacht okay ist aber nicht so schlimm das ist nicht so schlimm dass ich da den sprung jetzt glaube ich gemacht habe denn wir wollen ja immer die ressourcen haben es heißt ja immer wir brauchen die ressourcen und nicht unbedingt das rathaus das bekommen aber auch warte mal hier hinten soll weiter springen eben die helden gezündet wo ist mein held da unten wunderbar und die frost zauber waren die jetzt gut oder nicht ich weiß nicht ob die frost zauber jetzt jetzt wirklich gerade gut waren aber so sieht das ganze ganz gut aus rathaus ist weg unten der scatter shot und dann sollen die noch mal richtig in gut kommen ja sie gut aus das sieht ganz gut aus und dann habe ich hier auch alle zeit der welt also das war jetzt so ein bisschen ja okay ich habe jetzt nicht ganz alle alle tupen so richtig rein bekommen aber auch wenn die ab ab und zu mal rum gehen hier ist das nicht ganz so schlimm denn meistens oder unter umständen liegen die ressourcen halt außen aber ich kann zumindest hier wieder ganz gut rein fahren das ganz gut diese saison herausforderung für april sind da da muss ich eben mal ein screenshot von machen kann ich ein thumbnail nehmen wunderbar kann ich als thumbnail nehmen mache ich sehr sehr häufig so und mit los geht es glaube ich auf wir los aber wir haben jetzt schon mal dass sie auch reingeballert okay dann machen wir den ersten tag wenigstens fertig würde ich würde ich mal so sagen also die ersten drei spiele hier beziehungsweise die ersten drei sachen im pass muss jetzt nur das rathaus erreichen so eine base nämlich eigentlich immer warum nämlich die eigentlich immer mit die mache ich sonst auch auch gerne mal mit anderen truppen ich habe gestern übrigens nachdem ich gewonnen hatte in dem video habe ich auch schnell mal wieder verloren tolle wurst und nicht so schlimm ist nicht so schlimm die nehmen wir mal hier hinter dass die so ein bisschen abstand haben und ich lasse mir jetzt noch mal so ein paar über wir können dann mit ihrem mit mit ihrer fähigkeit noch mal so noch mal so ein bisschen dahinter stehen und normal wie das wie das hier ausgeht im nachtdorf im moment finde ich gar nicht so schlecht das nachtdorf aber nicht weiter sagen ich finde es gar nicht mal so schlecht das nachtdorf aber nicht weiter sagen leute aber wir brauchen hier den einen stern für unser tages quest teil und kriegen wir den 47 49 ja hat er gekriegt okay 50 prozent 52 jahre damit lässt sich hier sicherlich nicht nix holen aber für den einen tagesstern hat es gereicht wunderbar hat das hier gereicht mal sehen wir ich schaue mal gerade in den gegner ein 52 prozent hat er mein rathaus schon er hat schon 54 prozent und hat mein rathaus schon okay ist auch leicht zu kriegen na alles klar sollte ich mir mal vielleicht doch eine andere armee ausdenken okay uhrenschwub haben wir auch wieder in den nächsten 22 stunden unsere tagesgems können wir in jedem fall abholen ich weiß ich kann hier ja alles abholzen aber ich nehme immer nur diese beiden baumstümpfe jeden tag nachwachsen keiner im gras oder doch er ist keiner im gras keiner ist im gras alles klar okay leute das war's von mir aus ich gehe jetzt wie gesagt gleich in den livestream rein und mache sicherlich so ein bisschen weiter hier super drucken gern gesehen gut das passt so hier will im moment keiner was haben wird auch ein bisschen ruhiger in der liga ich hoffe ich hatte einen coolen start in die liga ich wünsche euch alles gute und wir sehen uns dann mit weiteren videos hier aus den verschiedenen ligen auch sicherlich dann wieder bis dahin danke fürs zuschauen leute euer toto